Boah, Näh! Ja, ich merk's! Gehen Sie einfach leise vor! Ja, hatte ich Vorstellungen? Ah! Scheiße, aber ich komme hier gar nicht hoch! Ich denkst du, wo ich hinkomme, ist runter! Ja! Ja! Da muss ich doch nicht die Richtung gehen! Das muss man einfach unten dann, unten dann langlaufen! Ich weiß nicht, was ich hier noch habe! Ich weiß nicht, was ich hier noch mache! Ich weiß nicht, was ich hier noch habe! Uhhh! Fahrefeld aktiviert! Energie kritisch. Maximale Panzerraum. So. Um. Uh. 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 And those two are out. Um. Uh. Uh. Um. Ah, wo kommen die Liga? viel freaks her probieren wir gerade auf die andere seite hier vielleicht hat die munition sammeln auch Wieso bewegt das Ding? Alter Schwede, der Schießbodenlauf hier. Ich muss schon um den eigenen da kümmern. Und um den Schnipperer, der ist da oben, das weiß ich nicht, mal gucken. Doch der Schnipperer, da ist er. Tschöy. Hast du's bald jetzt da oben? Ich bin hier. Greife auf taktisches Netzwerk zu. Cool. Okay. Jetzt halt ich die Belegung, nehme ich die MP mit und dann hole ich mir doch die Sniper, die er da oben liegen gelassen hat. Die Sniper ist schon ein Weil. Das war's bei so Fällen, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Sag mal, mehr Munition lasst ihr mir nicht dann? Das ist aber wenig. Wasser in Achtung. Lebt der noch? Alter Schwede, was ist das für eine Waffe? Die sind noch geiler. Wie funktioniert denn der? Weiß ich nicht. Oh, du Scheiße. Eins, zwei, drei. P5, sechs. Sieben, acht. Ach, du ahnst es nicht. Das ist ja voll. Und ich muss hier nach links rüber eigentlich. Ich muss wieder zurück. Gut, gut. Sie sind schon da. Oh. Jetzt aber nichts wie fort hier. Was haben wir gesagt? Klau dir ein Auto, verschwind. Soll ich ein Backe jetzt nehmen oder was? Nimm dir ein Auto und verschwind. Das ist das Auto. Das ist das Auto, an dem sie gerade dran sind. Ach, guck mal hier. Der Brückchen geht hier rüber. Warte, warte, warte. Ja, klar. Na komm. Tschüss. So, kommen sie mir zum Beispiel schon mal gar nicht mehr hinterher. Das ist doch wunderbar. Ah, ha, 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 ha. Und wo läufst du hin? Ich sehe ihn und läuft auf mir vorbei. Was geht mit dem ab? Okay, ab, du bist im Dunkel. Oder? Ab, du bist im Dunkel. Eigentlich ist es nicht. Eigentlich ist es nicht. Ja. Ach, wir gehen mal gucken. Ab, du bist im Dunkel. Bleibt uns nichts anderes übrig. Äh. es ist immer wieder hier alles klar wie kommst du jetzt da hoch muss ja eigentlich rechts laufen und wieder hätten wir zum beispiel autos wunderbar sagen können wir die autos dann nehmen wir noch die autos oder das auto so je nachdem welches wir sind da müssen also mit dem auto hier rüber da lang da lang ja wie komme ich jetzt der ausgrabungsstätte ach ich muss durch die felder fahren gar sauber Durch die Felder. Da, wo jetzt die 28 Manda war. Dann müssen wir durch. Hoppla! Hier ist der Große. Was ist das? Bewegung! Was soll der Scheiß? Wo kommt ihr jetzt her? Hier war alles sauber. Das sind die drei. Jetzt weiß ich, wo die herkommen. Ah, die haben wir vorhin vorbeigelassen, wie wir hier runtergefahren sind. Alles klar. Ja, 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 ja. Ist das jetzt die Frage? Nehmen wir den großen Patzer? Bist du jetzt... Du stehst nur zur Deku. Okay. Wo geht's denn da lang? Wir probieren das aus. Wir probieren das aus. Das war's. Wir machen das mal ganz einfach. Wir machen das mal einfach. So, jetzt klauen wir schnell ein Auto von denen. Und ab hier. Da müssen wir hin. Oh. 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 Jetzt sind wir aber echt geflüchtet hier vor allem. Das werden wir jetzt schon gesehen. Oh. Oh. Tobi Schrauber ist auch schon über uns. Oh. 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 Trickland, ich nähere mich jetzt der Ausgrabungsstätte. Roger, Nomad, infiltrieren Sie die Vorschusskuppel und holen Sie Rosendall da raus. Ich schicke Ihnen einen Senkrechtstarter. Wat für'n Ding?